Herzlich willkommen, mein Name ist Jennifer. Ich bin Marketing Manager im Prozessautomatisierungsteam und möchte Ihnen die gemeinsame Hardware-Plattform für die Prozessleitsysteme von Siemens vorstellen. Die Prozessleitsysteme von Siemens, und damit ist sowohl Software als auch Hardware gemeint, bieten optimale, integrierte und verlässliche Lösungen für die Herausforderungen in der Prozessindustrie von heute und morgen. Beide Systeme, SIMATIC-PCS7 und SIMATIC-PCSneo, nutzen eine einheitliche Systemarchitektur und dieselbe innovative und robuste Hardware-Plattform. Das bedeutet ein Maximum an Flexibilität, Verlässlichkeit und Effizienz und schützt gleichzeitig erworbenes Know-how und bereits getätigte Investitionen. Steigen wir etwas tiefer ein und werfen einen Blick auf einige Highlights des bewährten und zukunftssicheren Hardware-Portfolios. Auf der Automatisierungsebene steht die SIMATIC-CPU410-5H im Mittelpunkt von Standard, hochverfügbaren und sicherheitsgerichteten Automatisierungssystemen in Prozessanlagen. Der derzeit schnellste und leistungsstärkste Controller auf dem Markt wird anhand der Anzahl der Prozessobjekte skaliert. Das heißt, sämtliche Einsatzzwecke, Anwendungsgrößen und Leistungsbereiche werden mit einer einzigen Hardware-Plattform abgedeckt. Die SIMATIC-CPU410-5H bietet Industrial Ethernet, Profinet und Profibus-Interfaces und erfüllt alle Anforderungen der Prozessindustrie. Änderungsoptionen im laufenden Betrieb, ein erweiterter Temperaturbereich von bis zu 70 Grad Celsius und umfassende Security-Features vermeiden Ausfallzeiten, verbessern die Systemsicherheit und maximieren die Verfügbarkeit. Das sorgt für Zukunftssicherheit und Investitionsschutz. Das hochverfügbare und skalierbare I.O.-System SIMATIC ET200 SP-HA deckt durch die kompakte Bauform, das modulare Design und die einfache Bedienung optimal die Anforderungen der Prozessindustrie ab. Das Peripheriesystem bietet aber auch klare Vorteile für alle Anwendungen der Fertigungsindustrie, bei denen Hochverfügbarkeit und Robustheit unverzichtbar sind. Dezentral direkt im Feld installiert oder mit völlig neuen Konzepten und Designs im Schaltschrank verbaut, bietet die SIMATIC ET200 SP-HA flexible, maßgeschneiderte und zukunftssichere Lösungen. Interface-Modul Redundanz mit redundanten Profinet-Anschlüssen, I.O.-Redundanz, Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von minus 40 bis plus 70 Grad Celsius, hohe elektromagnetische Störfestigkeit, Baugruppentausch und Änderung der Parametrierung im laufenden Betrieb sowie Online-Firmware-Updates sorgen für höchste Verfügbarkeit. Mit den neuen Fail-Safe-Modulen lassen sich all diese Vorteile nun auch in prozesstechnischen Safety-Anwendungen nutzen. Ein weiteres Highlight, SIMATIC Compact Field Unit oder kurz CFU. Das dezentrale Management von Feldgeräten, zum Beispiel basierend auf Profinet oder Profibus-PA, ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Standardisierung von Prozessanlagen. Mit der SIMATIC CFU können bis zu acht Profibus-PA-Geräte und acht diskrete I.O.'s direkt im Feld angeschlossen werden. Die I.O.'s können frei als digitaler Eingang oder Ausgang konfiguriert werden. Das Plug-and-Produce-Feature ermöglicht eine schnelle und fehlersichere Geräteintegration sowie einen einfachen Gerätetausch ohne Änderungen im Engineering-System. Die Zeit für die Inbetriebnahme eines Feldgeräts verringert sich von mindestens 30 Minuten auf nur ca. eine Minute. Die SIMATIC CFU wird über Profinet direkt an das Prozessleitsystem angebunden und legt so den Grundstein für die Digitalisierung im Feld. So bringen wir Standardisierung und Digitalisierung bis in die Feldebene. Machen Sie Ihre Anlage zukunftssicher mit der bewährten und innovativen SIMATIC Hardware als optimale Basis für Prozessleittechnik von Siemens und Industrie 4.0. Steigen Sie jetzt tiefer ins Thema ein oder nutzen Sie die Möglichkeit, mit den Experten zu diskutieren.